Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch mal unseren Weihnachtsbaum, der dieses Jahr echt besonders ist, weil unsere Wohnung sehr groß ist und also von der Höhe her und wir deswegen den größten Weihnachtsbaum haben, den wir jemals hatten. Und ich zeige euch unsere Weihnachtspalme. Die hatten wir nämlich gestern zuerst geschmückt. Karl hat auch noch einen Weihnachtsbaum, also einen kleinen aus Plastik, den hat er auch geschmückt. Es sind jetzt hier drei weihnachtliche Pflanzen am Start. Ich zeige euch zuerst jetzt mal, wie der hier reingekommen ist, weil das war schon mal ein Krampf. Der war halt einfach riesig und ziemlich schwer. Ja, und dann seht ihr, wie der geschmückt wurde und dann zeige ich ihn euch nochmal in schön und fertig. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir haben ein Glas nicht ganz voll mit Marmelade übrig, was wir nicht verschenken. Das ist auch, trotzdem hat sich der Deckel reingezogen, also es ist alles, passt alles. Kann man also essen und das ist für uns und dann mache ich jetzt mal, oder machen wir jetzt mal einen Geschmackstest. Also es hat auf jeden Fall Marmeladen, Gelee, was weiß ich, Konsistenz, die stimmt auf jeden Fall schon mal. Das schmeckt so heftig nach Bratapfel, das ist die Definition von Bratapfel. Alter, ist das krass. Tim, das ist Bratapfel. Das ist schön für einen Bratapfel, ich mag immer noch keinen Bratapfel. Ich weiß nicht, ob ich das will, ich brauche Gewürz auf jeden Fall. Wie, was Gewürz? Wie, was Gewürz. Das isst Bratapfel in Person. Ja, und ich glaube, damit sind wir auch am Ende des Videos angekommen, würde ich jetzt mal so sagen. Das nächste Video kann ich schon ankündigen, wird ein Umzugsvideo sein und das übernächste auch. Jedenfalls haben wir unseren Umzug mitgefloggt. Schaut euch das gerne an, schaut euch auch gerne die letzten Videos an und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, danke. Schön, das ist Similarly. Tschüss, ich micro-jие. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020